Das Auto war sehr stark, erstmal dank an das Team, das Auto war super. Du brauchst zwei gute Runden, um auf Polo zu stehen und wir hatten drei, also wir hatten noch was in die Tasche. Aber es hat sich gut angefühlt. Das war jetzt mein erstes Rennen, das ich wegfahren könnte. Das war natürlich sehr gut, ich bin sehr zufrieden damit und freue mich schon auf Rennen 2. Quali war nicht so gut, aber Rennen top. Also im Rennen war es mir nicht so wichtig, aber im Nachhinein natürlich freut es mich, dass ich diese magische Zahl geknackt habe.